Ich muss, ich muss ausklaufen. Das ist Spaß, versteckte Kamera. Chill mal. Ist nur Handy. Der Hüter Helfer hat es beim Schreiber. Das ist bei der Worte. Der Fertig ist in der Worte. Ich muss, ich empfehlen hier. Es ist lustig oder am Anfang? Was ist das? Du hast gepufft, du weinst, du kommst hier und kommst bei uns. Was ist das? Du kommst hier und kommst bei uns. Sie lachen. Was ist das? Was ist das? Du hast gepufft, du kommst mit gepufft und du lachst mit den Kindern. Was ist das? Du sitzt da, du hast nicht gepufft, du kommst hier und nicht gepufft bei uns. Ich muss alles glauben. Was ist das? Das ist Spaß, versteckte Kamera. Es ist nur Handy. Ich bin dahin gesessen und dann habe ich auswärts sehen, diese Knopf gedrückt und dann musste ich die ganze Zeit lachen, weil die haben es gehört und so. Dann habe ich mich blut angeschaut. Dann habe ich nochmal gedrückt. Dann hat er mich angerätzt. Ja, es ist lustig, dass du laufst und halt vorziehen. Du sollst es nicht hier machen. Du bist von da hin zu uns gekommen und machst hier. Da ist keiner. Und ja, auf jeden Fall ist er ausgerastet. Hat der Bildfläche aufgemacht. Und dann hat er auf mich geschüttelt. Und ja, Mann, ich bin jetzt voll nass geworden. Hier ein bisschen. Das sieht man schlecht. Ja, scheiß drauf, Digga. Ich habe es weggemacht. Auf jeden Fall war es zu heftig. Bis zum nächsten Mal.